Also, Borum hat in den letzten 14 Heimspielen immer ein Tor erzielt, jetzt gegen den VfB nicht, das war schon so ein kleiner Teilerfolg und auch ansonsten war das, glaube ich, so nach den letzten eher dürftigen Auswärtsauftritten gar nicht so schlecht, oder? Was sagst du? Also, ich fand schon, dass der VfB mit ungeachtet des späten Siegtores eigentlich so gespielt hat, wie ich mir das vom VfB auswärts wünsche in der zweiten Liga. Von Anfang an konzentriert, hinten wenig zulassend und vorne dann erst mit einer schlechten Chancenwertung und dann gegen Ende dann doch noch mit dem einen Tor, was dann auch gereicht hat. Also, ich war recht angetan von dem Spiel. Oh, so weit würdest du gehen? Ja, ich würde schon sagen, ja, ja, ja. Vor allem, weil sie einfach von Anfang an wirklich konzentriert auf dem Platz stand, nur nicht das Übliche, sie fangen erst richtig an zu spielen, wenn sie hinten liegen, sondern nee, jetzt hat man mal von Anfang an begonnen, Druck zu machen und so früh, wie man dann Bochum angelaufen hat und wie man dann früh gepresst hat und so weiter, das habe ich in dieser Saison auswärts noch nicht so häufig gesehen. Da gebe ich dir recht, aber wie kannst du dir erklären, dass die zweite Halbzeit, wie schon gegen Aue, ja, deutlich schwächer war als die erste Halbzeit. Gut, gegen Aue kann man sagen, da kam man aus der Pause mit einer 2-0-Führung raus, aber jetzt gegen Bochum war es ja auch wieder bemerkbar, dass der VfB dann irgendwie, ja, kaum noch Chancen hatte, anfälliger wurde hinten. Also, an was liegt das? Kann ich mir nicht erklären, also vielleicht ist Materazzo noch nicht lang genug da, um sein Spielsystem der Mannschaft über 90 Minuten eingeimpft zu haben, aber ganz klar, die zweite Halbzeit war sicherlich nicht so gut wie die erste und nach 80 Minuten hatten wir uns ja eigentlich so insgeheim schon mit dem Punkt dann zufrieden gegeben, weil das noch ein Tor für den VfB dann fällt, hatte ich auch eher für unwahrscheinlich gehalten, aber da war echt so ein Bruch im Spiel und das war ja auch diese Phase, wo dann der VfB Bochum echt stärker wurde, wo man auch dann diesen Punkt, geschweige denn 3, schon wieder so ein bisschen in Gefahr sah. Also, was ich gut fand in der ersten Halbzeit war, dass der VfB wirklich aggressiv gepresst hat, das sehr gut ausgespielt hat, fand ich, also auch wie sie taktisch das Ganze angegangen sind, das fängt im Endeffekt jetzt schon hinten an mit der Dreierkette, dass man es eigentlich geduldig aufbaut, also der Ball läuft gut zwischen den Reihen, wie man so schön sagt, dabei ist es eigentlich nur Stenzel, Philips und Karasor, die sich die Bälle hin und her spielen, dann kommt Endo als Sechser immer mal wieder mit dazu, das sind auch die vier Spieler mit den meisten Beikontakten und ja, also gerade Philips wartet dann auch in diesem Spiel immer wieder auf die Möglichkeit, dass er dann einen langen Ball auf den guten Herrn Silas Bamaghi Tuka spielen kann, das funktioniert dann und wann auch. Und was man auch gut gemacht hat, fand ich, war, oder ich fange anders an, es wurde, glaube ich, in dem ein oder anderen Bericht im Nachhinein kritisiert, dass Silas sehr offensiv denkt und das wäre ein großes Risiko, dass er sich so weit nach vorne orientiert und Stenzel eigentlich hinten alleine lässt. Ich sehe es ein bisschen anders, also natürlich ist es ein gewisses Risiko, aber ich glaube, der Plan war auch hier wieder, wie schon gegen Aue und auch gegen Heidenheim, dass wenn der Außenspieler wirklich weit nach vorne rückt, dass dann zum Beispiel in die Davi sich in diese Lücke fallen lässt, die dann entsteht zwischen Silas und Stenzel und dann da so eine Überlagerung der linken Seite in dem Fall schafft. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, zum Beispiel für den Davi einen langen Ball rechts rüber zu spielen auf Massimo oder Castro, wer auch immer dann sich nach vorne orientiert. Und auf der anderen Seite kann natürlich auch die Davi mit seiner Technik mal zu einem Dribbling ansetzen und dann nach innen ziehen. Also ich finde es gar nicht so riskant, wie es dann oft dargestellt wird. Also es wirkte auf mich in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht so, dass Stenzel total überfordert war damit, dass er mehr oder weniger da kein Backup hatte oder keine Hilfe hatte von seinem Wingback in dem Fall. Ja, und ich denke ja, du beraubst Silas auch eine Menge seiner Stärken, wenn du ihn zu defensiv oder dazu anleitest, zu defensiv zu denken. Weil er ist ja jetzt der klassische Spieler, der ja vor allen Dingen erstmal nach vorne gucken und spielen soll. Und wenn man ihn dann halt mit Defensivaufgaben überfrachtet, glaube ich nicht, dass er dann seine Qualitäten so richtig ausspielen kann. Ja, also sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich fand es ganz clever, wie das Materazzo gemacht hat. Ich fand es auch okay, wie er im Zentrum das Ganze gestaffelt hat. Da war Endo die klare Sechs und ja, eigentlich dann hat Castro und Mangala sich immer mal so abgewechselt mit so einer Achter- oder Halbposition, die sie dann gespielt haben. Und manchmal ist dann, ja, Mangala nach hinten gerutscht, manchmal Castro. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert zwischen den beiden und auch zwischen Endo. Was ich bei Mangala ein bisschen kritisiere, ist, dass er nicht konsequent mit nach vorne geht, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Also konkretes Beispiel jetzt hier oder ein Beispiel jetzt hier im Spiel gegen Bochum. Man wusste ja, dass Bochum anfällig ist über die Außen, aber gleichzeitig sehr kopfballstark ist. Das heißt, so dieses ganz klassische Schema funktioniert gegen Bochum nicht. Du läufst die Grundlinie runter und flankst und im besten Fall steht da ein kopfballstarker Stürmer und der macht die Bude. Also das kann natürlich trotzdem funktionieren, aber es ist schwer gegen die Innenverteidiger Kopfballtore zu erzielen. Also ist es ein gutes Mittel, erstmal über die Außen das ganze Ding aufzuziehen. Zum Beispiel mit Silas, der dann nach innen zieht oder eben ein 1 gegen 1 Duell sucht, das hat er ja auch oft getan. Und dann zum Beispiel jemanden anspielt oder selber zum Abschluss kommt. Also das fand ich, hat der VfB ganz gut gemacht. Hier wird es mir aber jetzt gut gefallen, wenn dann Castro, der hat das ein bisschen besser gemacht als Mangala, aber hauptsächlich eben Mangala, dann konsequenter mit nach vorne gehen und sich anbieten als Anspielstation, um dann vielleicht auch mal, ja weiß ich nicht, aus 20 Metern oder so abzuziehen. Das fehlt eigentlich komplett in unserem Spiel. Und so kommst du immer wieder in die Situation, dass sich dann ein Spieler festläuft, meistens natürlich Silas, aber auch genauso Massimo, der, wenn er dann mal im Ballbesitz war, auch nicht jetzt gerade geglänzt hat, wenn es darum ging, Spieler auszudribbeln oder überhaupt dann mit guten Pässen Räume zu öffnen. Also das war alles nicht besonders schlecht, das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, dass es hier noch ein bisschen, ja, man sagt das ja so immer, mehr Konsequenz braucht von einzelnen Spielern. Und ja, das fehlt mir so ein Stück weit. Also die Davi versucht es, das reicht mir aber nicht. Ich würde da mehr erwarten von Mangala oder eben von Castro, je nachdem, wer dann da besser positioniert ist. Und wenn diese Schusschancen dann mal, die seltenen mal da sind, dann müssen die halt auch einfach besser verwertet werden. Wir hatten in der 13. Minute ja Endo, der aus 16 Metern vielleicht schießen kann, ist vielleicht sogar schon im Strafraumkante. Und nach 25. dann auch Castro, der aus 18, 19 Metern schießen kann. Und der hat echt viel Platz und viel Zeit und da muss dann wirklich mehr bei rauskommen, als dass man dem Torwart den Ball in die Arme spielt. Also dafür sind die Spieler einfach zu gut. Sie haben Zeit, der muss dann zumindestens mal irgendwie gefährlich aufs Tor gehen. Ob er dann drin ist, ist eine andere Sache, aber da muss man vielleicht ein paar Torschüsse noch üben oder so aus der Distanz. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Denn ich habe mir im Nachhinein mal angeguckt, wo die VfB-Spieler so hinschießen, wenn sie aufs Tor schießen. Also jetzt kein reiner Torschuss, der dann auch mal daneben geht, sondern wirklich gezielt aufs Tor. Das waren in dem Spiel sieben Schüsse aufs Tor und davon gingen drei wirklich genau in die Mitte. Ist natürlich dann schwierig, wenn du so ein Tor erzielen willst. Natürlich kann das auch mal funktionieren, wenn der Torwart ein bisschen doof steht, aber grundsätzlich machst du es damit natürlich den Torwart relativ einfach, wenn du genau in die Mitte ziehst. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das jetzt nur Zufall war oder ob das wirklich ein Problem ist, das man so hat, dass man praktisch im Abschluss einfach zu schwach ist. Das müssen wir mal beobachten, weil davor habe ich mir das ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeschaut, obwohl wir jetzt nicht besonders viele oder wenige Torschüsse hatten. 18 waren es insgesamt. Was halt wieder auffällt, dass in der ersten Halbzeit richtig die Post abging mit 13 Torschüssen und in der zweiten Halbzeit dann nur noch fünf Torschüsse aufs Tor ging. Und da können wir vielleicht dann gleich mal überleiten. Wir machen es heute etwas kompakter mit dem Spiel gegen Bochum, also wundert euch nicht, was in der zweiten Halbzeit dann nicht so gut lief. Und da fiel mir halt zum einen auf, dass die Bochumer etwas mutiger agiert haben, also einfach versucht haben, früher den VfB anzugreifen. Und es hat auch relativ gut funktioniert. Also man konnte hinten nicht mehr so geduldig einfach hin und her die Bälle sich spielen und abwarten, bis jetzt mal ein Mann frei ist, den ich anspielen kann. Sondern es sollte eigentlich ein bisschen zackiger vonstatten gehen. Und auch hier hat mir dann gefehlt, dass eben ein Mangala oder auch ein Castro sich dann vielleicht ein bisschen mehr fallen lassen, je nachdem, wer da jetzt näher zum Ball postiert ist, und dann die Bälle abholen und dann weiter verteilen. Also Endo hat das immer wieder gut gemacht, dem mache ich da keinen Vorwurf, aber ja, von Mangala hätte ich mir da auch nochmal ein bisschen mehr wünscht, obwohl der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Also das ist aber trotzdem für mich ein Knackpunkt, wenn du gegen stärkere Gegner spielst und nicht darauf zählen kannst, dass irgendwann einer mal dir den Ball direkt vor die Füße spielt, dann sollte da halt ein bisschen mehr passieren nach vorne hin. Das würde ich schon bemängeln. Und ansonsten muss man sich so ein bisschen dafür bedanken, dass Bochum offensiv in den Umschaltenmomenten ja vieles falsch gemacht hat, aus meiner Sicht. Also die bewegen sich irgendwie nicht so besonders gut, brauchen immer relativ lang, bis sie die Situation eigentlich für sich erkennen und meistens sind dann einfach die Stuttgarter schon besser positioniert und so konnte man dann auch eigentlich große Räume nicht so bespielen, wie du das sonst tun würdest als Underdog im Spiel gegen Stuttgart. Also da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Und teilweise dann gesehen, warum der VfL Bochum auch in Abstiegsnot ist und nur zwei Punkte jetzt noch auf dem Relegationsplatz hat, weil was die dann teilweise im Ballbesitz gemacht haben, in Offensive, das war schon, also ich habe es auf dem Sofa gesagt, aber ich glaube sogar der Sky-Kommentator hat gesagt, das war halt teilweise richtig schlecht. Also haben viel zu wenig draus gemacht. In der ersten Halbzeit war wirklich die einzig gute Szene, war diese wirklich klasse Flanke von Simon Zoller und der Kopfball von Gonvola, der hätte wirklich auch gut drin sein können, weil das war mal wirklich schnell und gut gespielt. Aber viel mehr war da ja wirklich zumindest in der ersten Halbzeit nicht, also da war ja gar nichts. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie das dann noch ein bisschen verbessert, gerade durch Danilo Soares, den ich ja auch noch erwähnt habe in der Woche davor, als einer der Spieler, auf die man achten sollte. Der hat zum einen Massimo wirklich gut im Griff gehabt, 18 Zweikämpfe geführt, 14 davon gewonnen, aber vor allem waren es die Tackles, die er immer wieder gezeigt hat, die, glaube ich, so einen Spieler wie Massimo dann schon beeindrucken, obwohl Massimo, man sollte sich da nicht täuschen lassen vor seiner Statur, auch einer ist, der harte Zweikämpfe führen kann. Aber Soares war da nochmal eine Nummer krasser drauf, möchte ich mal so sagen und so kommen dann auch zehn Tackles zusammen, die alle sehr erfolgreich waren. Genau, da musst du sagen, ich fand auch gar nicht, dass Massimo so ein furchtbar schlechtes Spiel gemacht hat, also er war wirklich ordentlich, aber Soares war halt echt nochmal eine Spur besser am Montagabend, also der war richtig gut und hat dann da die Show gestohlen, ohne dass Massimo jetzt irgendwie total schlecht gewesen wäre. Ja, und der Kommentator, ich meine mich zu erinnern, hat oft über Gamboa gesprochen, der sehr hart gegen Silas gespielt hat und du hast es ja, glaube ich, auch gerade eben schon erwähnt, dass Silas und Gamboa sich da ein richtig krasses Duell sozusagen geliefert haben auf ihrer Seite. Das war großartig, ja. Ja, absolut, aber was halt der Soares auf seiner Seite gemacht hat, war Massimo überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen, also er hat immer wieder Bälle abgefangen, rechtzeitig geklärt und so konnte zum Beispiel Stenzel gar keine langen Bälle auf Massimo schlagen. Also gerade so diese quer über das ganze Feld gespielten Bälle, die Philips ja dann oft auf die Silas Seite gespielt hat, das hat Stenzel in der ersten Halbzeit auch versucht in Richtung Massimo, das hat halt nicht so gut funktioniert, möchte ich mal sagen, beziehungsweise irgendwann kam die Bälle dann eher bei Castro an oder er hat sich dann doch darauf, ja, beschränkt, die Bälle vielleicht eher in Richtung Silas zu schlagen, dann war die Linie runter, das hat er auch gut gemacht soweit, aber ja, Massimo kam nicht so in den Tritt, wie man sich das gewünscht hätte, glaube ich, aber trotzdem hat er gezeigt, dass er aus meiner Sicht einen großen Schritt gemacht hat in den letzten Monaten und für mich ist das weiterhin ein Kandidat, der seine Möglichkeiten bekommen muss beim VfB, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt hier eine Chance verpasst hat, wir kommen ja nachher auch zum Startelf-Tipp und da kann ich schon mal spoilern, also bei mir ist Roberto Massimo mit dabei, auch gegen den Jan aus Regensburg. Trotzdem noch was zu Suarez, obwohl wir den nachher auch nochmal ganz kurz beäugen, was ich noch interessant fand, ich weiß nicht, ob nur mir das aufgefallen ist und vielleicht deswegen auch gar nicht so wahr ist, wie ich mir das jetzt gerade einbilde, aber ich war der Meinung, dass Suarez ganz oft lange Bälle auf Dani Blum gespielt hat, der ja vor ihm gespielt hat sozusagen, ja, und dadurch dann Blum über seine linke Seite Tempo aufnehmen konnte und gerade in der zweiten Halbzeit doch, sag ich mal, gefährliche Szenen entstanden, also es war jetzt nicht, es waren keine großen Chancen, die sich Bochum erspielt hat, aber es waren immer so Situationen, wo du dachtest, oh Mensch, wenn jetzt noch ein oder zwei Pässe kommen, dann haben wir aber ein großes Problem und ich fand, das hat Suarez richtig, richtig gut gemacht, weil der VfB jetzt unter Materazzo das Problem so ein bisschen in den Griff bekommen hat, mit langen, oder man lässt sich mit langen Bällen nicht mehr so schnell ausspielen, wie das noch unter Walter der Fall war. So, und du musst ja dann empfinderisch werden als Gegner, wie kommst du jetzt trotzdem mit relativ wenig Kontakten vors Tor und da war halt eine Möglichkeit, die Bälle nicht, sag ich mal, ins Zentrum nach vorne zu schlagen, sondern Linie entlang und das hat Suarez immer wieder eingeleitet und ich sehe es jetzt auch gerade, vier seiner langen Bälle kamen an und er hat auch nur vier Versuche gehabt, also Das ist eine gute Quote. 100 Prozent, würde ich sagen, also das habe ich dann offensichtlich doch richtig erkannt. Genau, und ich wollte noch kurz was zu Roberto Massimo sagen, was ich ja auch ganz gerne vergesse und viele andere vielleicht auch, weil er schon gefühlt so ewig lange da ist, der ist ja auch noch von Michael Reschke dann angekündigt worden, dieser legendären Pressekonferenz, der ist ja auch erst 19, obwohl der jetzt schon gefühlt irgendwie Jahre beim VfB ist, also der ist erst 19 und hat auch noch viel Potenzial und ja, ich hoffe, dass er jetzt wirklich regelmäßig zum Einsatz kommt. Ja, also er braucht seine Möglichkeiten, er braucht seine Spielzeit und dann glaube ich auch, dass er sich positiv entwickeln kann. Ja, also Oberliga, die Zeiten sollten jetzt hinter ihm gehen, ab und zu vielleicht mal, wenn es hart auf hart kommt, aber im Großen und Ganzen ist das für mich schon ein Spieler, den ich jetzt regelmäßig im Profikader sehen möchte. Ja, hat er sich auch verdient mit den Einsätzen, die er zuletzt gezeigt hat. Ja, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Endo muss man natürlich noch kurz erwähnen, bevor wir dann zu den Spielern kommen, die fünf Spiele, über die man sprechen muss im Nachhinein. Endo, fände ich, hat das wirklich richtig stark gemacht, wie er die Bälle dann immer wieder abgeräumt hat als Sechser und einfach diesen Raum, der früher fast schon so unsere Achillesferse war, zwischen Mittelfeld und Verteidigung immer wieder dicht gemacht hat. Also das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt mit zwei Sechsern spielen, dass das etwas besser funktioniert. Aber Endo ist da halt einfach wirklich besonders stark, möchte ich mal sagen. Also wir haben das gesehen, als er sein Debüt gegeben hat, wie Kopfball stark er ist. Das hat so ein bisschen abgenommen. Er kommt auch nicht mehr so häufig in Kopfball-Duelle, wie das noch unter weiter der Fall war. Ja, was auch daran liegt, dass es halt nicht mehr einfach nur so mit langen Bällen im Zentrum funktioniert, um uns auszuspielen. Aber wenn es jetzt in Eins-gegen-eins-Duelle geht, gewinnt er relativ viele Zweikämpfe. In dem Fall waren es jetzt von 15 Zweikämpfen nur acht. Aber trotzdem stellt er viele Räume zu. Also wie er sich bewegt, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, ist auch ganz wichtig. Stellt er, wie gesagt, dann immer wieder Spieler zu, verstellt Passwege. Also da ist auch ganz, ganz viel Spielintelligenz mit dabei. Und ja, für mich mit einer der wichtigsten Faktoren, warum es jetzt in den letzten Spielen auch so wenig Gegentore gab. Also absolute Bereicherung für den VfB Stuttgart. Aber das ist, glaube ich, eher eine alte News, die ich jetzt hier verkünde. Ja, aber er kann auf jeden Fall auch, er hat jetzt gezeigt, dass er die Leistung auch über mehrere Spiele am Stück zeigen kann. Also er ist auch wahnsinnig konstant einfach, seit er dabei ist. Also er läuft halt besser, er sorgt für Stabilität und zeigt halt nicht nur ein gutes Spiel und dann wieder ein schlechtes, sondern er hat sich echt auf einem ziemlich hohen Niveau stabilisiert und hilft da dem VfB unheimlich weiter. Und Massimo, da fällt mir auch noch was ein, da muss ich doch noch mal kurz zurückspringen. Massimo möchte ich jetzt hier nicht ganz so schlecht wegkommen lassen, wie wir das jetzt gerade den Anschein gemacht haben. Also ich würde es so sagen, Massimo mit Licht und Schatten. So würde ich das Ganze überschreiben, weil er dennoch, auch wenn es nicht so gut lief und er einen starken Gegenspieler hatte, drei Chancen herausgespielt hat, immer wieder das Dribbling versucht hat. Fünf Dribblings hat er versucht, zwei waren erfolgreich, aber ich finde es halt wichtig, dass die Spieler das trotzdem weiter versuchen. Also Nidawi hat es halt nie versucht, warum auch immer jetzt. Also vielleicht gab es die Situation nicht, dass er dann gesagt hat, jetzt muss ich das Ganze mal mit einem Dribbling lösen oder wird das halt eben eine Möglichkeit, um Räume zu schaffen. Aber Massimo hat das immer wieder versucht, das wird von ihm auch verlangt. Und er hat es halt in dem Fall relativ schwer gehabt gegen Suárez und hat sich da trotzdem mehr oder weniger vernünftig durchgekämpft insgesamt. Aber wie gesagt, war es jetzt nicht seine beste Partie. 21 Ballverluste sind dann auch relativ viel. Ja, wird auch wieder besser werden, so möchte ich es mal sagen. Ja, jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwas erwähnen möchte. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann wieder etwas ausführlicher über die Spiele sprechen, aber weil halt einfach dann die Zeit nicht mehr allzu weit oder man nicht allzu viel Zeit hat, vor dem nächsten Heimspiel sich diese Folge hier noch anzuhören, dachten wir, wir halten es etwas kompakter. Und ich würde sagen, Sebastian, ja gut, wir können das Tor kurz noch ansprechen. Das sollten wir vielleicht tun. Also, wobei es in dem Fall nicht so viel zu analysieren gibt. Und das lief halt einfach ein bisschen schlecht für die Bochumer. Der Herr Saulo de Cardi, wundervoller Name, hat den Silas Vamangituka irgendwie aus den Augen verloren und spielt einen Pass, den er so natürlich nicht spielen darf. Silas läuft den ab, spielt Al-Ghadoui an. Und was mich dann eigentlich beeindruckt hat, war, mit was für einer Lockerheit und auch mit was für einer Klarheit Al-Ghadoui das Ding da reinhaut. Weil, ich bin mal ganz ehrlich, als ich die Situation gesehen habe, dachte ich mir, ja, der schießt daneben oder der Schuss ist so schwach oder wird geblockt. Also, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Tor fällt. Wie ging es dir dann? Ja, also, Al-Ghadoui hat er zumindest auswärts bei seinen Toren schon so ein bisschen was Tiroddehaftes, finde ich. Also, wenn er da den Ball bekommt, dann macht er ihn einfach auch. Also, da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Er macht den total abgebrüht rein. Und das ist ja genau diese Qualität, die wir auch brauchen. Und von der wir nicht so viele Spieler im Kader haben, wo du dann denkst, hey, wenn der den Ball in der 80. oder 90. bekommt und ist dann 1 zu 1 gegen Torwart, dann macht er den auch so sauber rein. Und das ist halt super wichtig, dass man dann jemanden hat, der dann von der Bank kommt oder auch startet, aber der, ja, die Bälle einfach dann rein macht. Also, das fand ich eben auch, dass wir eigentlich gar nicht so viele Spieler haben, die so eiskalt, wie man so schön sagt, vor dem Tor sind. Und vor allem in diesen entscheidenden Momenten. Also, da brauchst du halt wirklich, ja, einen ruhigen Fuß oder so. Also, ich würde definitiv daneben schießen, aber ich bin ja auch kein Fußballprofi. Aber ich habe mir die Frage auch gestellt, also, wer den Ball bekommt vom VfB, wer macht ihn? Und ich traue es Al-Gadoui und Mario Gomez zu. Ansonsten, glaube ich, ist momentan keine Offensivkraft im Kader, der ich zutraue, von zehn dieser Chancen neun mal einzunetzen. Ja, und trotzdem mussten wir noch so ein bisschen zittern, weil Schul noch mal die große Chance hatte zum Ausgleich. Und auch da, fand ich, hat man halt eben wieder das gesehen, was in der ganzen zweiten Halbzeit zu sehen war, nämlich, dass der VfB, ja, einfach in der zweiten Halbzeit komplett die Linie, ich möchte nicht sagen, komplett die Linie klingt wieder so extrem, aber schon irgendwie so diese Vorgabe nicht mehr eingehalten hat, die es vom Trainer gab, die ich zumindest erkannt habe. Die Abstände waren, wie gesagt, zu groß. Und was in der ersten Halbzeit halt immer richtig gut funktioniert hat, war das Pressingverhalten vom VfB. Also das war praktisch immer, dass die gesamte Mannschaft so verschoben, oder richtig verschoben hat, und das fehlte dann in der zweiten Halbzeit und wurde dann in den letzten Minuten immer bedenklicher, möchte ich mal so sagen. Also da wirkte das schon wieder fast so ein bisschen behäbig alles. Also vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich hatte das Gefühl, dass die nach diesem Tor, da war das Thema abgehakt. Wir haben jetzt drei Punkte und Feierabend. Und da würde mir dann doch so ein gewisser Killerinstinkt besser gefallen, dass man sagt, okay, 1-0 ist zwar gut, aber 2-0 wäre besser, weil im Endeffekt gab es ja keine große Chance mehr des VfB Stuttgarts nach diesem Tor, wenn man jetzt mal diese merkwürdige Chance von Förster da rausnimmt in der 94. Minute. Das war ja auch nochmal so eine Slapstick-Nummer, die eigentlich nur Förster gelingen kann. Du weißt, was ich meine, dieser Lattenball. Naja, ich hatte mich dann vorher schon gefragt, weil das war ja so die letzte Chance für die Bochumer, wo Riemann ja auch mit vor unserem Tor war und dann kommt der Ball ja zu Silas, so an der Mittellinie und ich dachte, schieß doch einfach. Der Riemann, der Kaspert ja noch sonst worum, also schieß doch einfach. Und dann hat er den Ball fast schon verloren, hat ihn dann aber doch noch irgendwie und dann kommt der Ball zu Förster und der kann ja eigentlich mit dem Ball auch alles machen. Nochmal an dem Schritt gehen, flach einschieben, flach schießen, irgendwas. Aber nee, er schießt ihn ja dann irgendwie an die Oberkante der Latte und der Ball geht dann, ja, haben Sie heute gesehen, Richtung Weltall und kommt dann irgendwann wieder runter. Und ich weiß gar nicht, Riemann hat ja gesehen, dass der noch im Spiel ist oder auch nicht oder so und dann kommt der Ball halt wieder runter, prallt knapp vor der Linie auf, prallt nochmals an die Unterkante der Latte, kommt wieder runter, wieder vor der Linie und dann hat er ihn, dann war er auch zum Glück sofort abgepfiffen. Aber das war auf jeden Fall nach dem Tor die Szene des Spiels. Er hat es ja erklärt, warum er als Torwart so gehandelt hat, wie er dann eben gehandelt hat. Oh, er hat es doch erklärt. Okay, da bin ich gespannt. Und zwar wollte er eine Ecke verhindern. Er wollte praktisch den Ball abfangen und schnell wieder nach vorne schießen, um halt eben noch die Chance auf dem Ausgleich zu haben. Und deswegen ist er etwas, ich sage mal, unorthodox zum Ball gegangen. Aber wollten vielleicht auch nicht fangen, sondern halt gleich irgendwie abkropfen lassen, dass er dann gleich das Spiel nicht unterbrochen hat. Er wollte nicht wegfausten und wollten halt eher fangen oder wie gesagt dann gleich stoppen oder keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, wenn er dann auch wirklich fängt und es fest in der Hand hat, das ist ja auch wieder dann so ein Punkt für einen Schiedsrichter, dass er sagt, okay, jetzt pfeife ich ab. Aber wenn er den halt irgendwie nur abklatscht, den Ball, dass der quasi gar nicht in seinen Händen ist, dann kann der Schiri ja nicht abpfeifen, kann schon abpfeifen. Er wird es vermutlich nicht machen. Das wäre natürlich eine logische Erklärung. Aber ja, wenn das Ding reingegangen wäre, dann wäre es auf jeden Fall in jedem Jahresrückblick seinen Platz dort gefunden. So nicht, aber es war trotzdem eine spektakuläre Szene. Keine Frage, das war sie. Und ja, im Endeffekt muss man trotzdem sagen, das Spiel wurde verdient gewonnen aus meiner Sicht. Der VfB hat das über weite Strecken ganz gut gemacht. Es wird mir jetzt ganz gut reinlaufen, möchte ich mal so sagen. Wenn man in Zukunft ja einfach nicht so richtig oder die Linie halten kann oder die Vorgaben weiter umsetzen kann, die Materazzo den Spielern so mitgibt, dass man weiterhin versucht, sauber zu spielen. Weil das ist das, was mir gegen Aue schon missfallen hat, dass man mit zunehmender Spieldauer immer unsauberer spielt. Die Pässe sind nicht mehr so genau. Die Laufwege passen nicht mehr so. Also man hat das Gefühl, man ist nicht mehr so bereit, alles zu geben für den Sieg, sondern baut so ein bisschen ab. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es konditionelle Gründe hat. Man hat ja jetzt dann auch acht Tage, neun Tage Pause gehabt. Jetzt muss ich mal überlegen, wir haben samstags gespielt, glaube ich, und dann sind es neun Tage Pause, die man hatte. Oder acht Tage, wenn man jetzt das Spiel schon als keine Pause wertet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spiele jetzt zu müde gewesen seien, um den Ball richtig zu verarbeiten. Also das ist dann einfach so eine Unkonzentriertheit, die wir ja auch in der Hinserie schon häufiger beobachten mussten. Und das muss definitiv besser werden. Also hier erwarte ich einfach mehr Konzentration über 90 Minuten. Das kannst du hinkriegen, gerade gegen so einen Gegner, der, wie gesagt, selber irgendwie nie so richtig wusste, was sie jetzt mit den Freiräumen alles anfangen sollen. Weil das muss man dann doch, ach komm, wir machen die fünf Spiele, über die man sprechen muss, dann kommen wir sowieso auf einen davon, über den ich jetzt sprechen wollte. Ich denke mal, das macht mehr Sinn. Also, fünf Spieler, über die wir sprechen sollten. Unter anderem natürlich Atakan Karasor, der eine interessante Aussage getätigt hat nach dem Spiel. Er meinte, ich persönlich fühle mich jetzt auf dem Platz viel wohler als in der Vorrunde. Da hatte ich schon einige Schlutrigkeiten drin, aber jetzt läuft es viel besser. So, ist, glaube ich, eine ganz gesunde Einschätzung von Atakan Karasor. Es lief nicht so 100 Prozent bei ihm in der Vorrunde, wobei ich finde, er kommt auch fast zu schlecht weg, jetzt in der Nachbetrachtung diverser Zeitungen. Also, da wurde heute schon davon geschrieben, habe ich gelesen, dass er viele Aktionen drin hatte, die danach zu Toren führten. Und das, weiß ich, das stimmt halt absolut nicht. Also, Karasor hatte zwar immer wieder seine Schlutrigkeiten drin, keine Frage, aber mit seiner Passsicherheit, muss man dann trotzdem sagen, hat er schon dem Spiel eine gewisse Stabilität verliehen. Natürlich nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und viele hätten sich vielleicht auch erwünscht, dass er etwas vertikaler spielt, als er das getan hat und da weiter. Aber auch hier glaube ich nicht, nicht, dass Karasor das nur selbst entschieden hat, sondern dass es auch schon eine taktische Vorgabe war vom Trainer, die da umgesetzt wurde vom Spieler. Also, ganz so schlecht, wie jetzt im Nachhinein getan wird, war Karasor für mich in der Hinrunde nicht. Aber da, wo er jetzt spielt, als Innenverteidiger, als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette, da ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Deswegen, Sebastian, die Frage an dich. Wie überrascht bist du eigentlich davon, dass Karasor sich als Innenverteidiger so gut macht? Schon überrascht, weil ich ihm jetzt diese nötige Zweikampfhärte nicht unbedingt zugestanden hätte. Also, für mich war es so ein defensives Mittelfeld, ja, Räume zustellen, Pässe spielen, Bälle verteilen. Aber dass er jetzt dann in die Zweikämpfe mit den gegnerischen Mittelstürmern geht, die in der zweiten Liga dann ja meistens auch eher sehr robust daherkommen, dass das dann so erfolgreich ist, hätte ich tatsächlich nicht vermutet. Also, er hat alle seine Zweikämpfe gewonnen im Spiel gegen Bochum. Das ist das eine. Er spielt es nicht ganz so körperbetont wie vielleicht andere Innenverteidiger. Das merkt man schon, aber er gewinnt seine Zweikämpfe. Darauf kommt es an. Deswegen ist es okay. Was auch wieder ein Bombenwert ist. 91 Ballkontakte und nur zwei Ballverluste. Ja, also, das ist halt auch eigentlich nichts bei so vielen Ballkontakten. Also, sehr, sehr sicher am Ball. Klar, Innenverteidiger, der spielt halt die Bälle hin und her mit Stenzel und mit Phillips. Das ist natürlich nochmal anders. Als, weiß ich nicht, als Mangala zum Beispiel, der natürlich dann eben versucht, die Tiefe zu spielen und dann auch riskantere Bälle zu spielen. Das ist schon klar. Aber trotzdem sind zwei Ballverluste bei 91 Ballkontakten, also eigentlich ein herausragender Wert, muss man sagen. Auch vier Klärungen, die wichtig waren von Atakan Karasor in diesem Spiel. Deswegen habe ich ihn ja auch mit drin bei den fünf Spielern, über die wir sprechen müssen. Und was ich auch ganz gut fand, auch er hat ab und zu mal versucht, lange Bälle nach vorne zu schlagen. Das waren dann immer wieder so Bälle, die für Überraschungsmomente gesorgt haben, weil man sich schon so darauf einstellen konnte, wenn der Ball bei Stenzel oder meistens dann bei Phillips ist oder war, dann gibt es die Möglichkeit, oder sehr wahrscheinlich ist es dann so, dass der VfB versucht, einen langen Ball eben zu schlagen. Und darauf haben sich die Bochumer etwas eingestellt und als das nicht mehr so funktioniert hat, über die beiden äußeren Innenverteidiger lange Bälle zu spielen, hat es dann Karasor gemacht. Dreimal war das der Fall, zweimal kamen die Bälle an. Also fand ich dann gut, dass man das dann so gelöst hat und ich kann mir momentan keinen anderen Innenverteidiger auf dieser Position vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das wäre dann spannend, wenn jetzt Bart Stuber und Kaminski näher wieder an die Mannschaft rücken, dann eventuell wieder fit sind. Davon kämpft gar nicht zu sprechen. Also dann haben wir aus der keine Innenverteidiger-Situation haben wir auf einmal ein Überangebot an Innenverteidigern. Und das wird dann für Materazzo ein schönes Puzzle dahinten, wenn er dann spielen lässt. Die Problematik besprechen wir ja eigentlich schon seit der Sommerpause. Da haben wir uns ja auch schon gefragt, Mensch, wo soll der Bart Stuber spielen? Wir dachten damals auch noch, dass er Wutja eine größere Rolle spielen würde. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir es nicht schon wieder jinxen und sich jetzt reinweisen, die Leute verletzen oder gesperrt werden. Ja, aber wir sehen jetzt ja, wir brauchen eigentlich gar keinen Innenverteidiger, weil jetzt spielt halt Atakan Karosor nominell Defensiv-Mittelfeldspieler einen überragenden, oder einen richtig guten Innenverteidiger. Wenn es der nicht macht, dann macht es Endo. Wenn der es nicht macht, macht es dann vielleicht Stenzel. Also eigentlich brauchen wir gar keinen nominellen Innenverteidiger. Ja, aktuell scheint es so zu funktionieren. Also da gebe ich dir schon recht. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch gegen Bochum, gegen Bielefeld zum Beispiel funktioniert. Ja, das ist halt dann nochmal eine andere Herausforderung. Aber momentan mache ich mir, was die Innenverteidigung angeht, wenig Sorgen. Ja, das sieht schon sehr stabil aus. Auch Nathaniel Phillips hat sich da ja wirklich gut stabilisiert. Und bei dem wäre einem jetzt dann vielleicht auch gar nicht mehr so bange, wenn er jetzt gegen Fabian Klos zum Beispiel spielen müsste. Ja, und den habe ich nämlich auch drin bei diesen fünf Spielern. Er hatte zu Beginn so seine Problemchen. Da hat er mal irgendwie so einen Ball gehabt, der ihm wegspringt. Und einmal war auch ein Pass nicht besonders gut gespielt. Damit kann ich aber ehrlich gesagt ganz gut leben, wenn er ansonsten eine sehr gute Partie macht. Und hier muss man halt sagen, hat Nathaniel Phillips Gangvola komplett kalt gestellt. Weil das war meistens das Duell, die beiden gegeneinander. Und wir haben es im Vorfeld besprochen, Gangvola ist super Kopfballspieler. Und hier war halt Phillips der absolute Sicherheitsfaktor für den VfB, der immer wieder die Luftzweikämpfe gegen Gangvola gewonnen hat. Und das ist schon herausragend, weil normalerweise der Spieler sich gegen die meisten Innenverteidiger mit dem Kopf durchsetzen kann. Und da war ich schon beeindruckt, wie stark Phillips gespielt hat. Am Boden gab es nicht allzu viel für ihn zu tun. Also Bodenzweikämpfe hat er zwar alle gewonnen, aber ich glaube, er hat nur zwei oder drei geführt. Also von daher ist das nicht so beeindruckend. Aber er hat zwölf Luftzweikämpfe, davon sieben gewonnen. Das ist schon sehr gut. Auch seine Quote, was die langen Bälle angeht, die ja zu Beginn der Restrunde nicht so gut war, wird immer besser. Diesmal hat er elf lange Bälle geschlagen, neun kamen an. Also das hört sich schon sehr gut an. Auch 87 Pässe, davon 90 Prozent an den Mann gebracht. 105 Ballkontakte, nur zehn Ballverluste. Neun Klärungen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Auch ganz wichtig gegen schnelle Spieler wie Dani Blum oder wie eben gegen Gangvola sind diese Klärungen enorm wichtig. Deswegen würde ich sagen, dass Nathaniel Phillips hier definitiv eine Erwähnung wert ist bei den fünf Spielern, über die man sprechen muss. Frage an die? Die Defensive, wenn man sich ans Hinspiel noch mal erinnert, da hatte ja Gombola, glaube ich, Chancen für drei bis fünf Tore. Und diesmal war es dieser eine einzige Kopfball in der ersten Halbzeit, der gefährlich war. Also den haben sie wirklich komplett aus dem Spiel genommen. Das war im Vergleich zum Hinspiel eine deutliche Steigerung. Würdest du Phillips, also wenn es die Möglichkeit gäbe, sag mal jetzt mal, würdest du versuchen, Phillips zu verpflichten? Das müsste man echt so im Gesamtpaket sehen. Also was wird mit aus Holger Badstuber? Sieht man Karasoy in der Innenverteidigung oder doch wieder im Mittelfeld? Aber jetzt grundsätzlich würde ich sagen, ist er echt einer, der da hinten solide alles wegverteidigt. Wenn da das Paket stimmt, auch finanziell und so weiter, würde ich sagen, ja, warum nicht? Ja, das ist die Frage. Was würde der Spieler an Ablösekosten? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, ihn zu verpflichten? Ich meine, er wird jetzt 23 demnächst. Ich glaube im März irgendwann. Ich sage mal, es ist ja auch nicht das Alter, wo noch ein Spieler komplett durch die Decke geht. Also ich glaube, er wird jetzt nicht besonders, also er wird jetzt nicht wahnsinnig schnell werden. Das wollte ich jetzt sagen. Also er ist ja da schon etwas limitiert. Ist nicht der schnellste Spieler. Sein Stellungsspiel könnte noch ein bisschen besser werden. Auf was ich eigentlich zu sprechen kommen will, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der in Liverpool eine große Karriere startet. Also das wird dann vielleicht eher so, Premier League, Mittelfeld, beziehungsweise dann eher eine Mannschaft, die dann sich nach unten orientiert. Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, ihn hier für den VfB zu begeistern. Weil du hast Batsch aber gerade angesprochen. Es ist für mich halt eine Personalie, die ich persönlich langsam aber sicher dann schon angehen würde als einer der Spieler, die man jetzt nicht mehr unbedingt braucht. Nicht, weil er besonders schlecht ist oder irgendwas, sondern, ja, ich sehe halt weiterhin die Probleme, die du mit Badstuber in der Bundesliga haben dürftest. Schnelligkeit, Verletzungsanfälligkeit kostet sehr viel Geld. Da wäre natürlich so ein Philips, wenn der, wie du sagst, als Paket mehr Sinn machen würde. Gar nicht so doof. Also wäre es auf jeden Fall ein sinnvoller Nachfolger, zum Beispiel für Holger Badstuber, so vom Ganzen her, der dann vielleicht auch nicht ganz so verletzungsanfällig ist. Man muss natürlich auch gucken, was ist mit Aydonis, was ist mit Luca Mack? Haben die eine Möglichkeit? Verbaut man den Jungs sonst vielleicht irgendwie die Chance, sich weiterzuentwickeln? Das kann ich aktuell überhaupt nicht richtig beurteilen, weil Aydonis spielt nicht. Und ich habe jetzt zuletzt keine Spiele vom VfB 2 gesehen, beziehungsweise es gab ja keine, bis auf das nötige Spiel. Und bei Luca Mack muss man halt mal abwarten, wie das jetzt nach seiner Verletzung weitergeht. Also das sollte man dann auch nochmal im Hinterkopf behalten. Wenn man jetzt einen Spieler verpflichtet, ist es natürlich dann auch immer eine Ansage für die eigenen Talente. Und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass wir die eigentlich brauchen. Wenn wir schon bei den ganzen Defensivspielern sind, dann möchte ich hier auch Gregor Kobel erwähnen, der, finde ich, wirklich richtig gut ins Jahr 2020 gestartet ist, gute Spiele gezeigt hat, auch jetzt hier gegen Bochum wieder ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass der VfB kein Tor kassiert hat. Vier Paraden. Das ist das eine, was ich bei ihm auch immer wieder erwähne und was ich auch toll finde, sind seine Pässe, die immer an den Mann kommen, bis auf wenige Ausnahmen, also auch in dem Fall 82% Passquote. Die Abschläge von ihm kommen viel genauer, als das zum Beispiel noch unter Zieler der Fall war. Also auch diesmal wieder 16 Abschläge geschlagen oder lange Bälle geschlagen, so muss man es sagen. Davon kamen neun an und auch wenn es allen zum Hals raushängt, ich erinnere da wirklich an Zielers Abschläge, Abwürfe. Da warst du ja froh, wenn die noch im Stadion geblieben sind. Also das war ja schon ein Erfolg, wenn der Trainer an der Seitenlinie den Ball noch fangen konnte. Und das sieht jetzt halt schon viel besser aus unter Gregor Kobel. Und auch da glaube ich, dass er, wenn es uns gelingt, ihn zu verpflichten, ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden könnte für eine, ich möchte sagen, drohende Bundesliga-Saison. Ja, weil da brauchst du halt genau diese langen und präzisen Abschläge. Weil damit leitest du halt Konter ein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, sollten wir aufsteigen, jetzt die Mannschaft sind, die den Ball viel haben wird. Sondern da kommt es darauf an, dass wir schnelle Gegenstöße zeigen. Und dann wäre halt so ein Torhüter mit so einer Spieleröffnung nicht das Allerdümmste, möchte ich mal so sagen. Genau. Und das ist jetzt ein Soft-Skill, der sich in keiner Statistik dann wiederfindet. Aber er strahlt halt einfach eine unglaubliche Sicherheit da hinten aus. Und wenn dann in der 89. Minute dann noch so ein Ball dann da irgendwie reinsegelt, dann weißt du, wenn er den halten kann, dann hält er den auch. Das ist jetzt nicht so wie früher, dann bei Sven Ulreich, dass du bei jeder Flanke, die irgendwie in den Strafraum reinsegelte, irgendwie Schweißen aus der Hände bekommen hast. Sondern du weißt, also der fängt die. Und der lässt die auch nicht fallen oder durchflutschen, sondern der fängt die. Und ich glaube, so wie wir das wahrnehmen, nehmen das ja auch dann seine Mitspieler wahr. Und das gibt dem ganzen Defensivverbund natürlich da hinten Sicherheit. Ja, wenn man das jetzt auch die ganze Saison auch sich nochmal anschaut, die Statistiken, dann sieht man zum Beispiel, dass Gregor Kobel der einzige Zweitliga-Stammkeeper ist, der noch kein Gegentor von außerhalb des Sechzehners bekommen hat. Ist auch eine Stärke, die nicht jeder Torhüter hat, offensichtlich. Er ist ligaweit der drittbeste Torhüter, wenn es darum geht, rauszulaufen. Dann Daniel Fernandes von Bielefeld ist da auch sehr gut. Ron-Robert Zieler macht das ganz gut. Aber auch eben dann Gregor Kobel, der in den richtigen Momenten rausgeht, die Bälle dann auch hat. Ja, also das Rauslaufen ist das eine. Du musst natürlich dann auch den Zweikampf oder den Ball dir schnappen. Das macht er sehr gut. Dazu kommt, dass er inzwischen sechsmal ohne Gegentor geblieben ist. Und da sind auch nur noch zwei Torhüter besser. Zum einen Kevin Müller von Heidenheim mit zehn Spielen ohne Gegentor. Und zum anderen Stefan Ortega von Bielefeld. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich es auch gemerkt, dass Daniel Heuer-Fernandes ja beim HSV spielt und nicht bei Bielefeld. Also das möchte ich nur mal zurückziehen, wenn es ums Rauslaufen geht. Stefan Ortega von Bielefeld ist aber siebenmal zu null geblieben in der Saison. Und wie gesagt, jetzt Gregor Kobel sechsmal zu null geblieben. Also auch da muss man halt sagen, richtig, richtig bockstarke Verpflichtung von Sven Mislintat. Und da wäre jetzt halt wirklich die Grönung, wenn man den irgendwie bekommen könnte. Ja, also das ist halt echt auch so ein Thema gewesen in den letzten Jahren beim VfB. So eine solide Nummer eins, auf die du dich verlassen kannst. Du hast es ja eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Also von daher hat Gregor Kobel diese kleine Besprechung von uns hier auch sich redlich verdient mit guten Leistungen. Und den letzten, den ich jetzt vom VfB mit reinnehme, das ist Silas, der mir gut gefallen hat. Ich weiß, oder ich frage erst mal dich, wenn du ihn so siehst und merkst, wie er da, sag ich mal, sehr unorthodox versucht, Zweikämpfe zu führen beziehungsweise dann eben mit dem Ball direkt auf den Gegner zusprintet, in den richtigen Momenten vielleicht das Abspiel verpasst. Wie siehst du ihn so als Wingback unter Matarazzo? Also ich liebe das, wie er spielt. Sehr, sehr risikoreich, oft mit falschen Entscheidungen, aber ja, der ist auch noch so jung, das sei ihm verziehen und er bringt halt wirklich ein bisschen Chaos rein. Also ein Stück weit ins Spiel des VfBs, aber vor allem halt in die Defensive des Gegners. Und ich glaube, dieser Faktor, der ist halt unheimlich wichtig, vor allem wenn du halt gegen Gegner spielst, die da hinten so tief drinstehen und die Räume dicht machen, da ist einer wie er halt Gold wert. Und wenn halt dann das Dribbling oder wenn er halt zehnmal direkt auf den Mann läuft und neunmal scheitert, das eine Mal klappt es dann vielleicht und dann hat er den Raum und spielt dann doch mal den Pass auch vernünftig in die Mitte und dann schießt er halt in der 80. Minute halt dann das 1-0 und alleine dafür ist er Gold wert und ich sehe ihn total gerne spielen und ich finde auch, dass er da auf dem Flügel sehr gut aufgehoben ist. Also was mir sehr gut gefällt bei Silas ist, dass es ein sehr fleißiger Spieler ist. Das kommt für mich ein bisschen zu kurz, weil er ja schon so als technisch verspielt und so ein bisschen geht, aber er legt zum Beispiel knapp elf Kilometer zurück auf seiner Seite, also das sind ja fast schon Santi-Werte, muss man sagen. hat 22 Zweikämpfe geführt, davon zwar nur acht gewonnen, aber ja, ich kann damit leben, wenn es ein Offensivspieler ist, noch mehr wäre natürlich besser. Acht Dribblings hat er versucht, vier waren erfolgreich, auch das ist gut. Seine Passquote ist gar nicht so schlecht, wie es manchmal aussieht. 85 Prozent seiner Pässe kommen immerhin an und das sind dann insgesamt, glaube ich, 30 genaue Pässe gewesen, die er gespielt hat im Spiel gegen Bochum und von diesen 30 Pässen hat ein Pass zu einem Tor geführt, einer hat eine Chance eingeleitet und mit einem dritten Pass hat er eine Großchance rausgespielt. Also hat er hier drei wirklich wichtige Szenen gehabt, die er allein durch Pässe eingeleitet hat. Also ich verstehe schon die Kritik, ja, also hier und da könnt ihr halt einfach früher spielen, aber dann muss man halt sagen, der S19, der muss sich wahrscheinlich auch noch diesbezüglich entwickeln und das wird auch noch kommen, glaube ich. Also der bringt so viel mit und wie du sagst, er ist halt einfach unberechenbar, nicht nur für uns, sondern auch für den Gegner und da haben wir uns doch eigentlich die ganzen letzten Jahre gesehnt. Also das ist natürlich jetzt kein Spieler, der wie Mané schon relativ weit ist von seiner Entwicklung. Also Mané war ja damals, glaube ich, 21, oder? Ja, wirklich, ja. 22, 21. Der war etwas weiter, möchte ich sagen. Silas ist da noch ein bisschen tapsiger, aber ja, also ich finde das sehr interessant, den Weg von Silas mitzuverfolgen und ich kann mir vorstellen, dass sollte der VfB aufsteigen, Silas mit seiner Schnelligkeit ja und eben mit seiner unorthodoxen Spielweise für die ein oder andere interessante Szene gut sein könnte in der Bundesliga. Also darauf freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Ja, total, weil du hast immer den Eindruck, er weiß ja selbst nicht, was er als nächstes mit dem Ball machen will und wie soll es dann der Gegner wissen? Und er hat mit Gamboa auch echt einen starken Gegenspieler gehabt, aber auch da fand ich gut, wenn Silas halt einen Zweikampf verloren hat und den Ball verloren hat, dann ist er halt wirklich hinterhergegangen, hat dann teilweise, klar, noch einen Offensivfoul irgendwie begangen, aber er ist jetzt keiner, der dann irgendwie stehen bleibt und guckt, wie der Gegenangriff rollt, sondern er versucht dann wirklich, sich den Ball halt zurückzuholen und das ist schon schön anzugucken. Genau, deswegen auch noch meine Erwähnung mit, dass ich es einfach stark finde, wenn ein Spieler so fleißig ist wie er, ist nicht selbstverständlich, gerade bei diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal despektierlich schönen Spielern. Eine Frage noch zu Gamboa, fandst du, dass er zu spät die gelbe Karte gesehen hat? Ich habe die Zweikampf jetzt gar nicht mehr so im Blick, aber also die beiden haben sich ja beide nichts geschenkt, das war jetzt ja nicht so, dass man sagte, hey, der Gamboa tritt unseren Silas kaputt, sondern die beiden, ja, waren da ja wirklich auf Augenhöhe und, ja, fand ich jetzt okay. Okay, dann möchte ich das nicht weiter vertiefen und komme zum letzten Spiel, über den wir noch kurz sprechen müssen und wir haben es schon getan, deswegen gibt es nur noch eine kleine Zusammenfassung. Danilo Zoharisch, fand ich, war der stärkste Bochumer am Montag und, ja, zum einen hat der Masse, ihn wohl gut im Griff gehabt, dann die Daten, die ich vorhin schon genannt habe, mit zehn Tackles, drei Klärungen, viele abgefangene Bälle, 16 Zweikämpfe bestritten, 13 gewonnen, nur neun Ballverluste bei 64 Ballkontakte, auch er mit knapp elf Kilometern, die er zurückgelegt hat, das ist schon ein wichtiger Spieler für Bochum und ich freue mich ein Stück weit, dass ich den richtig eingeschätzt habe, weil er für mich schon so der war, der neben Grand-Voulin am meisten herausstach, als ich mir die Bochumer im Vorfeld so ein bisschen angeschaut habe und ich gebe es ganz ehrlich zu, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, also er hat mich dann wirklich in dieser Recherche zur letzten Ausgabe begeistert und jetzt das Ganze nochmal bestätigt, also starke Leistung von dem Herren.